Heute zu gewinnen in meinem Adventskalender, Achtung kompliziert, nämlich auf meiner Facebook-Seite facebook.com-sandrafancyphotography, alles in einem, gibt es ein wundervolles Shooting mit mir. Viele von euch wissen, glaube ich, gar nicht so genau, dass ich auch Qualified Austrian Photographer, also früher hat das Meisterfotografin geheißen, also auf jeden Fall Profifotografin bin, nicht nur für Pferde, sondern auch alle möglichen anderen Sachen gelernt habe, wie Portrait-Fotografie, also People-Fotografie, Fashion-Fotografie, Art-Fotografie, Architektur-Fotografie, was ich aber nicht so mit Leidenschaft betreibe, aber gut. Aber all das habe ich auf jeden Fall gelernt und deswegen möchte ich heute ein tolles Fotoshooting mit mir verlosen. Mitmachen kannst du, Achtung, nochmal auf der Fotografie-Seite von mir, facebook.com-sandrafancyphotography und poste einfach, mit wem du dieses Shooting gerne machen würdest, egal ob du jetzt Pferde-Fotografie machen möchtest, mache ich ja ganz viel, oder vielleicht mit deinem süßen Hund oder mit deiner Katze oder auch mit deinem Freund, ja, also ich mache auch sehr, sehr gern Couple-Shots, ja, also ist kein Problem, wenn du ein Pärchen-Shooting haben willst, dann mache ich das auch gerne, oder aber vielleicht mit deinen Kindern, also auch da habe ich relativ viel Erfahrung, ich habe auch zwei süße Nichten, also insofern überleg dir einfach, was du gerne machen wollen würdest, vielleicht auch was Aufwendigeres, vielleicht hast du irgendeine Idee mit einem bestimmten Kleid oder gewissen Kostümierungen oder vielleicht auch ein Nebelshooting, also ich bin zu allem bereit sozusagen und schreib einfach eben, mit wem du gerne dieses Shooting oder was so deine Shooting-Idee wäre und dann nimmst du schon am Gewinnspiel teil, wenn du meine Fotografie-Seite vorher geliked hast und den Beitrag auf der Fotoseite. Ich wünsche ganz viel Glück, das Gewinnspiel läuft, Achtung, bis 23.12. um Mitternacht, also dieses Mal ein bisschen länger, also deswegen hast du auch ein bisschen Zeit, dir was zu überlegen und ich bin schon gespannt, wer gelost wird und freue mich auf eure Teilnahme. Bis dann auf meiner Fotografie-Seite, alles Liebe für heute, eure Sandra. Bis dann auf meiner Fotografie!